Hallo, ich bin die Christine. Ich bin die Mama der Emma. Unser Emma ist 14 Monate alt und wir haben uns mal näher für euch die Budelhose Baby Buddy von BMS angeschaut. Wir können die Hose vom achten Monat bis zum zweiten Lebensjahr benutzen und schneiden nachher einfach nur, sobald Emma laufen kann, die Füßlinge unten ab, fixieren die Hose dann mit den Gummibändern an der Hose über die Gummistiefel und wir können jede Pfütze mitnehmen. Die Hose ist sehr, sehr wasserdicht, atmungsaktiv und strapazierfähig. Das Material ist ganz, ganz weich. Es ist ein Softskin-Material und die Hose ist sehr großzügig geschnitten, sodass wir unten drunter noch einen dicken, fetten Fleece anziehen können. Ich finde die Hose sehr, sehr praktisch, denn wir können sie supergut in die Kita anziehen oder auf jedem Spielplatz, ohne dass wir darauf achten müssen, dass danach Schmutz ins Haus kommt. Sobald die Hose sehr, sehr voller Matsch ist, kann ich einfach mit einem feuchten Lappen drüber wischen oder ich kann auch die Hose bei 40 Grad einfach in die Waschmaschine schmeißen und ja, ohne dass ich sie danach nochmal neu imprägnieren muss. Die Hose ist laut Ökotex schadstofffrei und sie ist an der Front und am Rücken recht hoch geschnitten, so dass sie halt keine Kälte und Nässe durchlässt. Mir gefällt die Hose sehr, sehr gut. Bei unserem Hamburger Sheetwetter kann man so eine Hose auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich brauche nicht darauf achten, regnet es heute oder nicht, wenn wir rausgehen und also von mir bekommt die Hose eine hundertprozentige Zufriedenheitsgarantie. Schaut euch die Hose nochmal an, vielleicht gefällt sie euch genauso gut wie mir. Bis dann, ciao!